so herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PUBG mobile natürlich wieder mit am start ist der Darksider schönen guten Tag 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 oh guck mal sogar in deutschland hier Vika Vika Mal raus oder was? Ja Wir gehen Schule Schule oder Gebäude? Nee Schule ne würde ich sagen Das ist aber gut Boah jetzt leckt es schon wieder Hm das weiß ich aber auch Obendrauf ja ne Ja würde ich sagen Hier auch gar keinen Es ruckelt so ein bisschen Naja ein bisschen oh 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 hier sind welche? Steiner bei mir Direkt bei dir? Ey wieso schießt der? Meine Maus schwimmt Ey gegenüber Gegenüber in Tornhalle drin Der hat geschaffen einfach obwohl ich aufgehört habe schon Das Hier ist einer drin Weiß ich nicht drüben Weiß ich drüben Weiß ich drüben Bist du? Bist du? Mit der Ozi Der ist aber gleich gestorben. Draußen ist jemand. Wo? Turnhalle, ne? Ja, Turnhalle drin. Keine Chance. Das ist aber gut, Sebastian. Hier muss noch einer sein. Wieder hochkommen. Kein Schock, Kaffee. Bist du das? Ja, ne? Ich bin oben drauf, ja. Du bist rausgesprungen eben, ne? Ja. Ja, ich bin oben drauf. Hier sind keine vernünftigen Waffen. AKM ist oben. Hier ist AKM. Hier drin in der Turnhalle. Was? AKM. Auf dem Dach ist einer. Wo? Gegenüber. Wo ist der? Welcher Dach? Das Dach auf 110. Aber alleine, oder? Headshot tot. Zwei Headshots. Ich looter den mal. Ich looter den mal. Der müsste dann noch einer sein, ne? Ja. Hier ist noch 7, 6, 2 drin. Ah, hier ist auch genug, 7, 6, 2. Ah, wie war denn mal? Wie war das? Umstellen auf B, ne? Einfüllen. Hm. Der hat sich ja alles weggelotet, Alter. Der muss aber nicht alleine gewesen sein. Ja, vielleicht hat er sich andere gekämpft, oder so, ne? Weißt du gerade? Ja. Der hat alles weggelogen, hier. Hier ist noch nicht gelootet worden. Hier sind die Türen noch zu. Aber wenig loot. Was hab ich denn alles für Scheiß hier drin? Naja, geht. Die wird alles weggelto. Jetzt habe ich dasflowing. Hier sind die Türen aufgePass. Ah, der andere war hier nicht. Warte mal, die Zohne kommt. Warte mal, die Zohne. Noch nicht genug Platz. Wo wollen wir hin? Otto holen oder was? Ja, wir müssen bestimmt gleich weiter. Loot Drop. Aber kein Auto hier? Wollen wir Richtung Loot Drop gehen? Können wir machen. Wir werden sterben. Ja? 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 Ja, der Lutrop ist nicht weit, ne? Nee. Gleich hinter dem Berg da, man vermacht sich. Oh-oh. Oh-oh. Da unten läuft einer auf dem offenen Feld zwei Stück. B1 auf W235, der will hier hin, glaube ich. Soll ich den looten? Nee, warte. Hä? Ja, looten. Warte, ich geb dir Deckung hinterm Baum. Ich druck mich. Ah, hier wurde schon gelootet. Echt jetzt? Ja. Scheiße, dann sind die ja wahrscheinlich noch oben. Ja, hier wurde gelootet. Warte mal, wenn der hier hochkommt, dann können wir... ...der kommt da, links. Der Auto, pass auf. Schießen. Tot. Links. Ja. Tot. Gut. Gut, jetzt haben wir einen Buggy. Kannst du noch was gehört? Oh, geil. Dreiherrskopf, vierherrskopf. Okay. Okay. Was hat der noch? Ich hab genug. Okay, lass. Komm. Oh, warte. Warte, ich war vor. Okay. Wo wollen wir hin? Den Typen auch noch. Den? Ja. Wann der? Ja. Ja. Gute. Dead Nesca ist geil. Das sieht aus wie ein Ding. Leichtpistole. Komm. Müssten wir aber sehen. Wir fahren erstmal ins Haus, dann können wir erstmal ein Model aufteilen und so. Ich hab nämlich drei Zweiherrskopf. Da fährt ein Auto. Ja. Wollen wir schießen? Gehen. Ich hab Schaden gekriegt. Aber, ne, ich hab gar keinen Schaden gekriegt. Ich hab den getroffen. Hab nochmal getroffen. Hab nochmal getroffen. Hab ihn rausgeschossen. Hab ihn getötet. Ne, nicht fahren. Der 8-fach Scope. Geil. Schnell ins Haus verkampfen. Oben. Lass oben das Haus nehmen. Aber warte, ich nehm den Buggy mit. Oder wollen wir das Auto nehmen? Wie viele Kills hast du? Vier. Ich hab fünf. Vier. Da hab ich ein bisschen Leben verloren. Glaube ich. Ja, nur wo ich gegen den Stein gefahren bin. Da hab ich auch Schaden gekriegt, aber ich hab das nicht abgezogen. Ich hab sieben Energy. Ich hab vier Rasskopf und drei Rasskopf. Ich hab... Ich hab... Ah, ich hab kein volles Medikit mitgenommen. Hast du's mitgenommen? Ich hab drei volle Medikits. Die vollen? Die vollen? Die ganz vollen? Nee. Weil einer hat ein ganz volles. Warte, dann hol ich das. Nee, nee. Das waren die auf dem Berg. So. Nee, da war ich kein. Hast du Medik-Koffer und Medik-Stuff und so? Ja, drei Koffer und zehn Bandagen, ein Schmerzmittel, fünf Energies. Ich hab sieben, sechs Energies, drei Schmerzmittel, neue Hilfe, Koffer, Transpandagen. Geben sechs Weier brauchst du? Hab noch 60 Schuss. Ach, ich hab 270. Braucht die nicht. Nimm die vorsichtshalber mit. Boah, voll gejagt mit dem Auto, voll rausgeballert, ey. Ey, wir müssen jetzt go, ne? Wollen wir fahren oder gehen? Na, fahren ist, glaub ich, sicherer. Wir haben zwei Leute geholt mit fahren. Mucke ist voll grauenhaft, ey. Da fährt ein Auto, links. Ein Buggy. An dem Haus. Hinter dem Häusern sind die gefahren. Hier? Ja, links hinter dem Haus. Okay, dann fahren wir aber. Wir fahren da hin. Da sind zwei Autos. Die bewegen sich. Hier? Ja. Da vorne, ich sehe einen. Wo denn? Auf 165. Auf 165. Auf dem Berg. Siehst du den? Ja, ich sehe den. Hab den angehltet einmal. Der weiß jetzt wo wir sind. Weil ich bekriegen sie. Links an den Stein. Am Loot-Drop. Wo ist der Loot-Drop? Wo ist der Loot-Drop? Oh, Schüsse auf mich. Echt? Ja, ja. Oben Berg. Da war kein. Ja, da. Der eine Typ, den du angehltet hast. Zweimal gehltet, der mich null mal. Wollen wir berg hoch fahren und von hinten angreifen? Ja. Könnten wir aus anderen Richtungen schießen auch noch wer. Von hinten? Ja. 15. Also, es wird nichts Berg, ne? Doch, berg könnten. Ach so. Der ist offen. Der steht offen da. Siehst du den? Der Dings. Der steht auf 170. Wow, von hinter mir. Hinter mir wird geballert. Was? Krieg von hinten Schüsse ab. Von wo? Weiß ich nicht. Von dir. Hinter mir wurde geballert. Das hier. Der Typ mit Gillesioth hat drei Hits gekriegt. Aber hinter uns wird auch geballert. Ja, die müssen aber raus, glaube ich, da jetzt. Ja, die rennen den Berg hoch. Hoch, ne? Ja. Der Wacki? Ja, bei uns. Haus gegenüber. Ja. Im Haus drinnen? Wir müssen hinten aufpassen. Ich weiß. Wir brauchen nur drüben, wenn das das nächste Haus geht. Die sind in dem Haus hier vorne, ne? Die sind im rechten. Ja, die müssen aber da raus jetzt. Ja, ne? Ja, ne? In welchen sind die? Gegenüber. In welchen sind die? Ist voll nah. Vorne wird auch geschossen. Wir haben zur Not hier nach oben. Ja, okay. Müssen wir jetzt laufen? Heißt Flugzeug. Ich hör nichts. Oh, nicht. Problem. Wo sind die? Wir müssen los. Oben Berg. Oh, oh, oh. Hier neben. Neben. Nicht weit. Müsste irgendwo da hinterm Baum sein. Oh, ist hier aber nicht. Hältchen. Da irgendwo hinterm Baum sein. Oh, ist hier aber nicht. Hältchen. Die müssen da weg. Liegt da irgendwo im Gras drin. Irgendwo im Gras liegen. Gar nichts, ne? Auch weg. Da kommen welche aus Osten. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Noch einen. Komm mal hinter das Auto. Wir sind oben im Berg. Pass auf, dafür. Ah, vor mir, vor mir. Scheiße, hier wird aufgeballert. Vor mir, vor mir. Ich bin down. Vom Berg oben. Warte, 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 warte. Kannst du mir kriechen? Nein, hier, hier ist sicher. Hier, wo ist der? Der ist oben auf dem Berg irgendwo. Hab dich. Heil dich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da kommt, da kommt, da kommt. Warte, der pusht. Warte, nicht schießen. Ich heil mich. Ach, da ist er. Warte. Ab hier. Gut. Wir müssen, ne? Wir haben kein Auto mehr, ne? Auch ein Auto, ey. Da auf dem Feld, auf dem Feld. Siehst du den? Oh, ja. Ja. Wo gehst du hin? Der ist mit dem Rücken zu uns. In die Zone. In die Zone. In die Zone. Warte, ich komme. Warte mal. Warte nicht auf mich. Lass mich einfach verhungern. Auf dem Feld. Der ist mit dem Rücken zu uns. Hör auf, oben Berg sind auch noch welche. Ah, ich fixe Waffe. Egal ob da ist, mal in die Zone rein. Wir haben ja hier gute Position. Alter, die Zone, die ist aber richtig scheiße, die Zone. Okay, ich bin gleich in der Zone. Ich bin halb drin. Ah, nehm uns, nehm uns, nehm uns. Scheiße. Scheiße, das war die, die auf dem Berg gekämpft haben. Mh. Aber der eine ist gestorben, oder? So wie es aussieht. Ja. Ah, fuck, ey. Naja. So, das war wieder eine Runde PUBG Mobile. Wenn es euch gefallen hat, lass einen Like da. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.